Auf Brauchende Vorschau, Vorschau So Mal kurz gucken mal wieder auf So Schon wieder ist es ein bisschen länger her, aber dass ich aufgenommen hab, aber willkommen zurück zu I could be, willkommen zurück zu einer weiteren Recording Session von Let's Play, Batman Arkham Warum soll ich nein sagen? Nein, Batman Arkham Asylum Wir müssen in Dr. Youngs Büro Kommen wir von hier nicht rein, also gehen wir den Umweg Der müsste mich eigentlich hier durchführen Ich habe eine Vermutung auch, was hier gefordert wird So Hier müsste es eigentlich neigehen Ah, Gott, ich könnte mich hören Moment, komm da Es kann einfach sein, dass ich jetzt gerade blöde im Kreis gelaufen bin, ne? Warte mal Direkt vor meiner Tür Na, so soll das sein Oder, ach ja, ich erinnere mich, beim letzten Mal habe ich hier gesagt, ja dann gucken wir uns den anderen Raum an Weil ich so wahrscheinlich nicht bei Dr. Young ins Büro hineinkomme So war's, jetzt erinnere ich mich wieder Ich glaube, ich weiß auch, wo dieses Rätsel zu machen ist, dafür muss ich aber in ihr Büro hineinkommen können Was ja gerade nicht der Fall ist Hey, ich will immer die, immer das Rutschen machen, das geht nicht Wie gehen wir uns mal in den anderen Korridor Ich glaube, ich brauche aber vielleicht auch bald mal diesen Sequenzer Nein, Spiel, nicht auf ihn Was ist das hier wohl nämlich immer noch mit der? Weiß ich bin der Hauptwelle, aber egal So, wartet mal Wir sind, okay, ich muss da, ich will da vorne rein Ne, ist die Korridor Das heißt hier vorne links Wir sind keine Gegner? Ne Nur bewusstlos, gell, ich wollte schon sagen, warum sollten die tot sein? Hey, was ist denn los heute? Dauernd Ich bin ja bis hierhin schon mal gelaufen, nur um zu gucken nach den Rätseln Hier drin war ich Genau, das hat schon gesagt, ich darf es Er ist hier! Willkommen in der Bibliothek von Arkham Geschichte ist so, wie ich Ein traumatisches Eilnis hier einmal Hey, ey, stop it! Hast du genug um jeden in den Wahnsinn zu schreiben? Ey, ich war doch schneller als der Na toll Nein Geh doch! Halt! Stop it! Ach Mensch! Ey! Ich hab heute gedacht, der greift nicht an, gell? Mann, blockier doch nicht alles ab! Nein! Mann, blockier doch nicht alles ab! Nein! Halt, der kommt! Ey, nein! Oh nein! Don't you do that! Was zum... Wie ist das denn mein Kombo eben abgerissen? Das verstehe, wer will Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur einen Spaziergang nach unten machen Und die hilflosen Kaiseln retten! Ach Mensch! Du verlässt die Party schon so früh? Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest! Naja, um die kümmere ich mich noch Warte mal, ich will was machen Bettkampf Schlag mal Ach, mein Bettkampf Ey, ich bin, ich bin echt Ne, zwar zwischen dieser und der Reformation-Recording-Session nicht so viel Abstand Aber ich bin schon wieder voll durcheinander Weil ich immer das Button-Layout von City habe ich so verinnerlicht bei mir Hier ist gar nichts, okay Das hat sich so verinnerlicht Dass ich das eigentlich Automatisiert immer durchführen will Zuerst die letzte Seite zu lesen! Schnell dich! Also! Hier ist die Vorurte! In zwei Minuten macht das Nachgas Pup! Und diesen riesgärnigen, ernsten, dauerhaft gute Laune! Tick-Tack! Tick-Tack! So, jetzt habe ich zwei Minuten, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dieser Geisellamme war Ich weiß nicht, ich muss mich irgendwo hier beeilen Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war Ich muss mich irgendwie irgendwas beeilen, okay Noch eine Minute dreißig! Ich muss sagen, ihr wird jetzt schon langweilig! Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und Nur ein Scherz! Ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich machen soll! Ha! Und ich habe es vergeigt, gell? Warum bin ich denn hier nicht hochgelaufen? Scheiße! Okay! Was soll ich denn machen? Rette die Geiseln! Ja, aber... Wie, was, wo, wann? Und so, frag nicht, wo Herr der Lander kam! Weißt du noch die Geiseln? Für sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern! Tick-Tack-Tick-Tack! Soll ich hier was sprengen? Oder was war das? Ich habe keine Ahnung mehr, was das war! Ich habe echt keinen Plan mehr! Haha! Ich bin so raus! Naja, habe ich wenigstens die Yoga-Szene noch gemacht! Ey! Ein Facepal-Moment! Jag den nächsten! Nach 30 Sekunden! Ich hoffe, ihr hattet einmal ein schönes Rust! Nicht ruhig hier! Na, na! Was mache ich denn? Ne? Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht mehr! Ich checke es echt nicht! Zehn! Neun! Ja, dann passiert halt jetzt was! Acht! Ich warte jetzt ab! Sieben! Sechs! Fünf! Ich weiß nicht mehr, wie ich da runter kam! Vier! Ja! Muss ich doch den Kronlöschern was machen! Drei! Ich teste es gleich mal! Zwei! Eins! Bumm! 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 Hä? Der Trick hat mich geprankt! Da ist ja nichts! Okay! Dann experimentieren wir jetzt mal! Irgendwo hier! Ich meine ich habe irgendwas in Erinnerung mit dem Kronleuchter, aber ich weiß es nicht mehr! Das war bestimmt auf jeden Fall eine kurze Fehle-Episode, die ich da verknitten habe! Mal schauen! Doch! Ich hätte hier was schneiden können! Oh, das war ein Fähigspawn! Batman! Wir sind gefesselt! Wir können nicht raus! Dass man auch keinen Sturzflug machen kann! Wie nennt man das los? Wann schärfen wir es mal! Danke Batman! Sind sie alle weg? Ja! Sie sind in Sicherheit! Was ist passiert? Es geschah alles so schnell! Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles aus dem Weg! Auseinandergenommen! Als ob sie etwas suchten! Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele! Sie haben Dr. Young mitgenommen! Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher! Es tut mir leid! Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt! Doc Young war weg! Aber guckt mal! Er trägt ne Maske und beschwert sich auch nicht! Haha! Gruß geht raus an alle Covidioten! So! So! Jetzt habe ich die Arke wieder! Geschafft! Oder? Was ist die Mission? Ich bin doch da drüben rein! Aber da kam ich nicht rein! Ne! Wir testen das jetzt! Ich schwöre es euch! Da merke ich echt! Ich bin raus! Gibt es da für euch was zu lachen? Für mich ist es gerade weniger lustig! Wieso habe ich eine dunkle Erinnerung, dass irgendwo hier nochmal Scarecrow Encounter passiert wird? Was ist los? Helmhaftig macht's hängen! Was ist los? Was? Sie haben keinen Weg gerattet! Wieso? Schöne ich nicht alleine! Neeeeeeein! Nicht immer aufhauen! Ich muss erstmal gucken, wie ich in den Westflügel reinkomme, äh, nicht Westflügel, äh, in den Büro reinkomme. Was ist kaputt bei diesem Teil? Hallo, ist da jemand? Ich hätte was machen sollen. Wie denn? Zentralaufsicht, bitte melden. Hallo, 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 hallo auf diesem Kanal. Hier war ich drühe, ne? Tür blockiert. Geht ihr vielleicht hier oben rein? Nee. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Ich, ich muss mal grad bis zum nächsten Mal ein bisschen, ich bin grad echt zu blöd. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab's. Das hast du vor zehn Minuten gesagt. Du hast gesagt, ich werd's nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt. Du bist ein Idiot, Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still, ich versuch's. Ja, aber jetzt kommt er nicht mehr zu. Oh, du hast ne Waffe. Das ist aber ganz gemein. Das war's mir schön... ...schleifend. Oh, warum hat der meine Kombo abgerissen? Ein Satz mit X war wohl nix. So, wir gehen ja gleich rein. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ruhe ich dich mal mit der Action hier. Hier war ein Rätsel. Was war das Rätsel? Zwei Rätsel sogar. Was haben wir hier? Katja, und diese Ghoul. Rasa Ghoul. Ich glaub, das war sogar hier. Man muss... Genau. Der Leichensack. Noch eins, kann das sein? Nein, auf keinen Fall. Du kannst sie nicht alle lösen. Das ist unmöglich. Und auch... Das hier... Aber laut... Laut... Der Wittler Map ist hier auch noch eins. Wie markierst du dein Gefühl, ohne die Kontrolle zu verlieren? Hier dein Gefühl... Ah, erstmal geht's da oben weiter. Aber darf ich hier durch? Nein, darf ich dann auch nicht. Nix blockiert. Das war von einer Seite, ne? Ja, ein paar der Rätsel weiß ich hier noch, aber nicht alle. Nee, nee, nicht. Sag mal, gehst du mal da durch? Okay, da kann man nix... finden. Hier käme ich in die Büro, aber dann will ich mal ganz kurz was schauen. Was denn hier versteckt war? Gar nix. Nur Spinnweben. Okay. Okay. Aber nicht los, mehr da ro sip. Untertitelung des ZDF für funk, 2017